Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe neues Make-up hier, was ich euch gerne zeigen würde, um mit euch herauszufinden, ob das Ganze wirklich gut ist und das Geld dafür gerechtfertigt ist. Ich habe Post bekommen von Kiko. Ihr wisst, Kiko ist gerade wieder so ein bisschen am Start und bringt recht viele spannende Kollektionen raus. Und ich glaube, dass sie so ein bisschen probieren wollen, wieder zurück in Deutschland Fuß zu fassen. Und das finde ich gut, denn ihr habt großes Interesse an Kiko. Ich weiß, dass die Produkte mittlerweile auch oder eigentlich schon immer sehr, sehr gut waren. Das Ganze für einen sehr, sehr guten Preis. Und heute habe ich die, ich habe den Namen noch nicht ganz rausgefunden, Energy Shake Collection. Steigere die Leistungsfähigkeit deiner veganen Schönheitsroutine. Wir haben Skincare und wir haben Make-up und wir werden mal schauen, was die ganzen Sachen so können. Ein kleines Zusatzvideo für euch. Wir spielen so ein bisschen ohne Drama. Keine bezahlte Werbung hier. Ich habe die Sachen einfach zugeschickt bekommen und würde sie gerne probieren. Was angekommen ist und was ich schon probiert habe, sind die Energy Shake Pearly Coffee Eye Patches. Das sind Augenpatches. Da sind recht viele drin gewesen, die sehr, sehr getränkt sind. Also sie sind nicht einzeln verpackt, sondern ihr habt hier dann so einen kleinen Spatel. Und dann könnt ihr die rausnehmen. Ich habe die heute Morgen schon drauf gehabt und fand die ganz gut. Ich glaube, wenn die im Kühlschrank sind, haben die auch nochmal so einen kühleren Effekt. Sie haben ein bisschen gerutscht, bin ich ehrlich. Ist in Ordnung. Aber das ist so mein Ding. Wenn ich Skincare mache, dann mache ich Skincare und mache nicht 20 Dinge dabei. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das dann in Ordnung. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist dieses Schätzchen hier. Das ist die Ginger Brightening Face Mask. Die sieht extrem spannend aus. Hat einen Glastiegel mit dabei. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Die riecht sehr, sehr gut. Das ist eine sehr dicke Maske, die so ein bisschen gelartig ist. Fühlt sich sehr schön an. Riecht sehr gut, sehr leicht, sehr zart. Ein bisschen kosmetisch. Ein bisschen zitrisch vielleicht. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich werde sie aber bestimmt die Tage bei Instagram einmal mit euch testen. Und dann werdet ihr das sehen. Also kommt gerne zu Instagram einmal rüber, falls ihr dort einen Account habt. Und folgt mir dort gerne, weil da zeige ich euch immer Content, den ich hier nicht unbedingt auf YouTube noch zeige. Und ich verschlange, wir starten einfach mal mit dem Make-up. Was wir jetzt auftragen werden, ist eine Serum-Lip-Bahn. Und das hat scheinbar eine Farbe. Hier sind 10ml mit drin. Und das kommt in so einer Quetschtube. Das erinnert mich so ein bisschen an die Jelly-Lip-Bahns. Mh. Sehr, sehr juicy. Und hat wirklich Farbe drin. Schmeckt aber nach nichts. So könnt ihr das Ganze auf der Haut auch einmal sehen, beziehungsweise auf den Lippen. Also das ist... Ich würde es nicht unbedingt mit Laneige vergleichen. Aber es ist einfach so eine Pflege mit ein bisschen Farbe. Und gerade jetzt, wenn es so sehr, sehr kalt ist, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Meine Meinung von Kiko kennt ihr ja so ein bisschen. Dass ich der festen Überzeugung bin, dass sie sehr viele Produkte vielleicht auch für High-End-Marken produzieren. Oder in denselben Fabriken produzieren. Und somit immer wirklich sehr, sehr gute Alternativen zu den wirklich teuren Produkten haben. Falls ihr hier Produkte seht, wo ihr sagt, Mensch, das könnte aber vielleicht ein High-End-Produkt-Dube sein. Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare für die Mäuse, die in den Kommentaren ein bisschen lesen wollen. Das fühlt sich jetzt sehr, sehr gut an. Ich kann jetzt natürlich noch keine Pflegewirkung sehen. Aber wir gucken mal, wie das dekorative Make-up ist. Und da habe ich ein Concealer bekommen. Das ist der Hydrating Concealer. Feuchtigkeitsspendender Flüssigconcealer. Leichte, variable Deckkraft. Mit Kaffee-Extrakt. Das klingt sehr, sehr spannend. Kiko ist... Also die Produkte sind hier aus der Kollektion auf jeden Fall vegan. Ich meine sogar, dass Kiko mittlerweile komplett vegan ist. Ich trage mir meine Foundation auf. Das Ganze hat so einen Schwämmchen-Applikator. Ich bin nicht der größte Freund von Schwämmchen-Applikatoren. Ich mache mir die meistens ab, weil es dann immer ein bisschen hygienischer ist. Aber den probieren wir aus. Ich habe übrigens gesehen, dass es auch noch weitere Produkte in der Kollektion gab, die ich jetzt hier nicht habe. Es gab Foundation Sticks. Es gab Highlighting-Stifte. Es gab Liquid Eyeshadows. Also man muss schon sagen, dass Kiko wirklich... Ich weiß nicht, wie sie es schafft. Es ist eine große Firma. Die bringen ja immer hunderte Produkte auf einmal raus. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das so rausgeballert ist bis zum Umfallen ohne Konzept. Sondern da ist schon was dahinter. Und es gibt ja auch ein Standardsortiment. Ich war ja vor einer Weile mal bei einem Kiko-Event hier in Berlin. Es gibt ja leider nicht mehr so viele Stores in Deutschland. Aber ihr könnt das Ganze auch online bestellen, falls euch die Sachen interessieren. Ich verlinke euch Kiko einfach mal unten. Dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen durchklicken. Was ich sehr, sehr gerne benutze als Empfehlung, der Sculpting-Touch-Contour-Stick. Foundation ist drauf, mehr oder weniger eingearbeitet. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 2. Noch ist das Füßchen, das Schwämmchen sauber. Wir drehen. Zwei, drei. Es erinnert mich so ein bisschen an den Nabler-Concealer, den ich sehr, sehr gerne mochte. Puh. Er riecht nicht. Wir blenden ihn jetzt einfach mal aus, oder? Der lässt sich sehr, 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 sehr schnell verblenden. Also Empfehlung, nehmt dieses Schwämmchen ab, wenn ihr das so ein bisschen besser dosieren wollt. Er hat sich jetzt aber farblich sehr, sehr gut ausgeblendet. Muss ich sagen. Also eben dachte ich so, du bist ein bisschen gelb. Ist jetzt aber, vor allem im direkten Vergleich, sehr, sehr gut. Ich gebe mir den mal hier so ein bisschen hin und highlighte ein bisschen. Also dafür ist es eigentlich immer ganz gut. Ich finde sowas, diese Art von Textur, finde ich für Contouring-Produkte sehr gut. Ich habe ja den hier von Charlotte Tilbury beispielsweise. Was mich da aber massiv stört. Und das macht mich wirklich wütend. Bei dem Geld ist die Quetschtube. Weil du gar keine Dosierungsmöglichkeit hast. Du drückst und dann kommt vorne so extrem viel raus. Hier drehst du zweimal oder einmal und weißt dann, wie viel Produkt du rausbekommst. Und das hast du bei dem Charlotte Tilbury-Ding gar nicht. First Impression von dem Concealer gefällt mir ganz gut. Ich trage mal noch eine zweite Schicht auf und lasse die jetzt hier noch so ein bisschen drauf. Okay, schauen wir nochmal. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu Kiko in die Kommentare schreiben. Ich finde das immer ganz spannend. Ich glaube, das tut mir so leid, wenn ich sehe, mit welchen Marken ich groß geworden bin, also erwachsen geworden bin. Kiko war schon immer irgendwie da. Und ich habe das damals, und das finde ich auch selber so ein bisschen schade, immer irgendwie übersehen. Die Sachen waren preislich immer top. Aber dadurch, dass die Läden, glaube ich, weggegangen sind, ist es ein bisschen schwieriger geworden, daran zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass das Kiko wäre eine tolle Marke für die Drogerie. Auf der Entfernung sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Er fühlt sich sehr gut an. Er fühlt sich sehr... Ich finde, er fühlt sich so ein bisschen kühlend an. Farblich ist es jetzt vielleicht nicht die richtige Farbe für die Foundation, die ich gewählt habe. Aber es ist völlig in Ordnung. Ich fixiere mir das Ganze mal mit einer ganz, ganz leichten Schicht Puder unter den Augen, dass es nicht so stark creased und mache erst mal weiter mit einem Highlighter. Das ist der Long Lasting Highlighter Vibrant Glass. Ein Illuminating Powder. Das Packaging ist krass. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Das sieht aus, als wäre da Wasser drauf kondensiert. Also es sind so kleine Perlen und du merkst die auch. Es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ich glaube, es ist Plastik. Es fühlt sich aber an wie Metall. Es ist auch sehr, sehr schwer. Also das kriegen die auch immer sehr gut hin, die Produkte sehr hochwertig zu machen. Und ich swatche mal, weil der recht dunkel aussieht. Ja, könnte ein bisschen dunkel sein. Ich probiere mal folgendes. Ich pudere erst mal mein Gesicht ab. Nur ganz leicht. Und ich würde jetzt dieses Puder mal so ein bisschen als Finishing Puder... Das ist etwas, was nach Maxim schreit. Passt halt auch gerade farblich perfekt zu dem Concealer, ne? Uh, wäre eine sehr glowy Base mag? Das ist halt so ein All-Over-Glow-Highlighter. Ich glaube, auf einer dunkleren Haut sieht der noch schöner aus. Es wird ihn mit Sicherheit auch in verschiedenen Farben geben. Als Highlighter, so ist er mir zu dunkel natürlich. Aber so als Finishing Powder? Mag ich das ganz gerne. Uh, ich liebe neues Make-up ausprobieren. Ich liebe meinen Job. Das ist unglaublich. Ich habe mir mal die Maske abgenommen. Die Lippen fühlen sich sehr, sehr weich an. Wir haben aber noch einen Blush. Auch der kommt hier in dieser Verpackung. Das ist die Farbe Perfect Balance. Auch hier Long Lasting. Wäre natürlich mal spannend. Es gab doch mal eine Limited Edition von Rivalde Loop, glaube ich. So eine Aqua Waterproof AE, wo ich mir dann noch ein Bottich Wasser ins Gesicht geschüttet habe. Den probieren wir aus. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Der sieht in der Kamera ein bisschen leuchtend aus, als in echt. So ungefähr sieht der in echt aus. Ein bisschen soft. Sehr pigmentier. Schöne Farbe. Ich kann euch mir vorstellen, dass der gut hält. Ich bin gespannt, wie das Make-up aussieht, wenn ich es gesettet habe. Weil das ist... Also, ich probiere auch immer so zu bewerten, dass ich Make-up nur dann optisch bewerte, wenn ich es gesettet habe. Weil du dann einfach ein ganz anderes Finish nochmal hast. Und die meisten von euch setten ihr Make-up. Und falls nicht, ihr solltet das tun. Freude. Es sorgt einfach dafür, dass das Make-up viel, viel länger hält. Das lassen wir jetzt einmal hier kurz ein bisschen drauf. Und ich zeige euch die Lidschattenpalette. Denn die erinnert mich so ein bisschen an diese Dior oder Charlotte Tilbury Dinger. Fünf Farben sind mit drin. Das ist der Style 02. Dynamic Movement. Moment. Der Name ist geil. Wir haben drei Mats und zwei Schimmer. Ich muss mal hier in den Schimmerton reingehen. Die sind sehr, sehr weich. Oh, der Dunkle ist toll. Also, eigentlich wollte ich so einen typischen, ne? So ein bisschen rot, ein bisschen dunkel und ein bisschen hell. Ich möchte einen anderen Look machen, weil ich glaube, dass so ein wirklich brauner Eyeshadow wunderschön sein kann jetzt für die Feiertage. Es gab verschiedene Farben. Ich schaue mir die mal an. Es gab ein Foundation-Stick. Es gab Liquid Eyeshadows. Lipsticks habe ich hier. Ah, die ist auch schön. Zwei verschiedene Farben gab es. Die ist dann, ich blende sie euch hier einmal ein, die ist dann noch so ein bisschen neutraler. Ich möchte jetzt wirklich mal einen anderen Look ausprobieren, als den, den ich sonst mache. Und jetzt seht ihr die Base auch nochmal von nahem. Concealer sieht gut aus. Für mich könnte es ein bisschen mehr Deckkraft sein, aber ihr kennt mich und meine Augen. Deswegen, dieses Finishing Highlighting Puder, das liebe ich gerade, weil, also ich habe recht wenig Textur auf der Haut. Das muss ich aber auch wirklich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wirklich eine starke Textur hat. Aber ich habe das Gefühl, dass das Gesicht sehr, sehr glatt aussieht mit dem Produkt auf der Haut. Vor allem hier auf der Stirn. Wir starten sehr, sehr soft mit einer Mischung aus dem Braun und dem hellen Ton, dass ich erstmal nicht zu viel Pigment habe. Und das setze ich mir in die Lidfalte. Einfach um so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, weil der braune war jetzt eben sehr pigmentiert. Und den blende ich mir aus. Zack. Das muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie ihr zu diesen Quattro 5 Lidschatten steht. Ich finde sie für unterwegs oder für den Alltag eigentlich gar nicht schlecht. Am Anfang war ich immer so, hey, wer braucht denn sowas? Aber 2019 hat uns halt so oft diese XXL Lidschattenpaletten gebraucht. Und das ist auch nicht schlecht, wenn man dann viel Auswahl hat, wenn man nicht viele Farben hat oder viele Paletten hat. Weißt du, was ich meine? Aber wenn man schon vieles zu Hause hat und so ein bisschen überfordert ist damit, dann mag ich sowas eigentlich ganz gern. So geht es mir zumindest. Das ist jetzt ein sehr murbiger Braunton. Also es ist nicht so Chocolate Brown, aber sehr schön, sehr zart. Also lässt sich gut ausblenden. Ich baue mir das Braun nochmal ein bisschen mehr auf hier vorne, dass es richtig schön gesättigt ist. Sehr weich, muss man sagen. Oh, dazu ein brauner Lippenstift. So ein Chocolate Brown. Kennt ihr gute braune Lippenstifte? Ich habe nur einen Lippenstift von Milani in Braun, aber so ein Liquid Lipstick in einem richtig schönen Braun. Habt ihr da was? Oh, sowas hätte ich gerne. Okay, schöne Farbe. Ich möchte jetzt unbedingt in diesen Schimmerton gehen. Der ist sehr, sehr weich. Und ich beuge mich mal ein bisschen vor, dass ich die Base nicht kaputt mache. Uh, der passt von der Farbe her perfekt zu der anderen. Theo, mach mir einen. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Lied die ganze Zeit im Kopf habe. Es tut mir leid. Ist sehr dezent. Ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen in diesen Schimmerton und setze mir den hier in die Mitte. Für ein bisschen mehr Bewegung. Also, ich mag die Texturen von den Liedschatten sehr gerne, weil sie so ein bisschen zarter sind und nicht so, sondern das ist so ein bisschen glamourös. Und das finde ich ganz spannend bei Kiko, weil wenn du so die meisten Produkte siehst, hast du entweder diese Klassiker, die in einer schwarzen Verpackung. Und die schreien, ich bin Profi. Und dann gibt es die Limited Editions, die immer sehr, sehr ausgefallen sind. Und die schreien aber nicht so Klairs Make-up, sondern wir sind schon hochwertig. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das das in der Kombination recht selten gibt. Ich gebe mir mal noch einen braunen Liner drauf und würde jetzt gerne mal die Mascara benutzen. Das finde ich ganz spannend. Einige hatten mir geschrieben, dass sie das schon mal gesehen haben. Das ist die 36 Stunden Lasting Double Effect Mascara. Und das finde ich ganz spannend. Du hast so ein klassisches Ding und dann kannst du es aufdrehen und hast hier ein Bürstchen. Oder du drehst es hier oben auf und hast nochmal ein anderes Bürsten. Ich vermute aber, das ist dasselbe Bürstchen, nur bei dem einen wird mehr Produkt abgenommen und du hast ein anderes Finish. Ich gehe jetzt mal mit dem kleinen Ding durch, weil ich das ganz spannend finde. Macht sehr schöne, natürliche Wimpern. Auf der anderen Seite probieren wir einfach mal die andere Seite, Freunde. Das ist das Schöne, wenn man zwei Augen hat. Da kommt sehr, sehr viel Produkt ab. Das mag ich nicht so. Ja, nee, das mag ich nicht. Da kommt mir zu viel Produkt ab und ich habe da nicht so die Kontrolle drüber. Deswegen nehme ich jetzt nochmal das kleine Ding und geht durch. Die Idee ist gar nicht schlecht. Bei dem anderen müsste, glaube ich, nur ein bisschen mehr Stopper mit rein. Aber macht auf jeden Fall krasse Wimpern für eine Schicht, oder? Was sagt ihr? Ich muss sagen, meine Lippen fühlen sich auch sehr, sehr weich an jetzt. Freunde, wir haben noch was für die Lippen. Und da hatte mir irgendjemand geschrieben, dass sie so ein bisschen an Klinik erinnert haben. Das sind diese kleinen Dinger. Die heißen Energy Shake Ginseng Matte Lip Stilo. Ich habe die jetzt in der Farbe 05 und 03. 05 ist ein sehr, sehr Hot Hot Red. Das andere ist eher so ein bisschen beeriger. Ihr kennt mich, ich liebe Hot Red. Sehr zart, sehr filigran. Fühlt sich auch wieder sehr hochwertig an. Fühlt sich sehr leicht auf den Lippen an. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Applikator mag. Er macht sehr schön weiße Zähne. Ich würde fast sagen, dass ich zu dem Lidschatten wahrscheinlich eher eine nude braune Lippe hätte. Ich mag das Overall Makeup aber sehr, sehr gerne. Vor allem diesen Face Highlighter. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr zu der Kollektion sagt und was ihr vor allem zu Kiko sagt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Einfach mal so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, was gibt es Neues. Ich weiß, dass Kiko immer viele Produkte rausbringt. Wenn ihr wollt und den Eindruck hatte ich, teste ich noch mehr Produkte. Ich habe hier einen Kiko Store. Okay, nicht mehr hier in der Nähe. Ich muss nach Berlin fahren. Aber das mache ich gerne oder ich bestelle die Sachen. Die Qualität ist halt sehr, sehr gut und fühlt sich nicht billig an. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Deswegen bin ich gespannt, weitere Produkte auszuprobieren. Schreibt mir also gerne eure Meinung mit in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart zu einer weiteren Runde Makeup. Wir brauchen Namen. Wir brauchen Namen für diese Videoreihen, Freunde. Videoaufgabe für euch. Schreibt mir zu meinen, ihr kennt meine Videoreihen Limited Editions. Ihr markiert, ich probiere. So, es gibt neue Sachen. Schreibt mir da mal ein paar Namen, haben sie den gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, süßen Molle.